Ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt und daran, dass ich bereits unzählige Videos dazu gemacht habe, oder daran, dass es Forschern noch heute immer wieder gelingt, völlig neue Tierarten zu entdecken. Doch eines ist klar, immer mehr drängt sich mir die Überzeugung auf, dass es eventuell doch noch eines dieser sagenumwobenen Monster geben könnte, von denen auf diesem Kanal ab und an die Rede ist. Sei es der Migalodon, das Monster von Loch Ness oder der Chupacabra. Sie alle eint, dass sie gänzlich unter unserem Radar bleiben können. Aber ist dies denn wirklich möglich? Sind das nicht alles bloß irgendwelche Märchen? Werfen wir einen Blick darauf, ob diese wirklich so abwegig sind und legen zunächst unser Hauptaugenmerk auf Kreaturen, die im Wasser leben könnten. Die Deutsche Welle schrieb noch im November des Jahres 2021, von den etwa 300 Millionen Quadratkilometern Meeresboden, sind bislang gerade mal 5% erforscht. Denn ab 200 Meter Wassertiefe ist es so dunkel, kalt und der Druck ist so hoch, dass die Tiefsee lange als ähnlich lebensfeindlich galt wie das Weltall. Es ist also nicht irgendeine Floskel, die man irgendwann mal irgendwo im Internet aufgeschnappt hat. Es ist wahr, der Ozean ist nahezu unerforscht und jedes Jahr entdecken Wissenschaftler auf der ganzen Welt völlig neue Arten. Mit diesem Wissen im Hinterkopf müsste man also davon ausgehen, dass Nessi, der Migalodon und bekannte andere Kreaturen nur die Spitze eines Eisberges dieser unbekannten Spezies darstellen müssten. Doch an welcher Stelle können wir diese bei einer möglichen Entdeckung noch einordnen? Heute in Tagen, in denen es die Wissenschaft ein Stück weit, ja ich würde fast sogar schon sagen, bloßstellen würde, wenn man ein Loch Ness Monster entdeckt, das seit Jahren für absurd abgestempelt wird. Zugegeben, das Loch Ness Monster selbst erscheint mir auch etwas überholt, doch wie sieht es mit anderen Wesen aus? Vor rund 25 Jahren beispielsweise kam es an mehreren Orten der Welt zu Sichtungen weiterer unerklärlicher Wasserbewohner. Bereits um die Jahreswende 1996-97 wurde im Brosno-See nahe der russischen Stadt Tver ein unbekanntes Tier beobachtet. Die Zeugen beschrieben es als schlangenförmig mit einer Länge von etwa 5 Metern. Es habe große Augen mit einem fischartigen Kopf gehabt. Berichte über Dela Kreaturen in diesem 10 Kilometer langen und bis zu 40 Meter tiefen See datieren zurück bis in die 50er Jahre des 19. Jahrhunderts. Trotz wiederholter gut bezeugter Sichtungen durch Bewohner des am See gelegenen Dorfs Benyok scheinen russische Zoologen wenig geneigt, nähere Untersuchungen vorzunehmen. Selbst ein, wenn auch unscharfes Foto, das eine Reisegruppe aus Moskau vom Brosno-Ungeheuer machte, ändert nichts an der Einstellung der Fachgelehrten. Ein wenig mehr Anerkennung findet dagegen ein Monsterwesen, das im Umzilava-Fluss, in der zu Südafrika gehörenden Transcai, sein Unwesen treibt. So meldete die Nachrichtenagentur Reuter im April 1997, dass verängstigte Bewohner des am Fluss liegenden Dorfes Biso von einem menschenfressenden Ungeheuer berichteten, das einer Kreuzung aus Fisch und Pferd ähnlich sehe. Unglaublich oder nicht? Immerhin gab der Landwirtschaftsminister der östlichen Kap-Region, Ezra Sigwella, bekannt, dass diese Kreatur angeblich schon sieben Menschen verschlungen habe. Und er kündigte an, eine offizielle Untersuchungskommission zu dem sinisteren Ort zu schicken, um herauszufinden, was es mit jenem Geschöpf auf sich hat, das schon in uralten Legenden als Mamlambo bezeichnet wurde. Auch der südlich des Ararat gelegene osttürkische Warnsee soll eine unbekannte Lebensart beherbergen. Sie wird meist als haarige Seeschlange beschrieben, mit dornartigen Fortsätzen am Rücken. Am 12. Juni 1997 wurde ein Videoband vorgestellt, das ein Amateurforscher aufgenommen hat und welches das Ungeheuer zeigen soll, wie es im See schwimmt. Die nur wenige Sekunden dauernde Aufnahme wurde von dem damals 26-jährigen Unal Cossack aufgenommen, einem Assistenten der Universität von Warn, der sich seit der ersten berichteten Sichtung im Jahr 1995 auf die Fährte des Warnmonsters begeben hat. Auf seinem Video ist ein dunkles Objekt mit einem Höcker zu erkennen, das in Ufernähe auf dem Wasser schwimmt und dann plötzlich untertaucht. Unal Cossack hat bis dato über 1000 Augenzeugen vernommen, die das Ungeheuer beobachtet haben wollen. Er hat darüber sogar ein Buch verfasst, in dem er das Geschöpf zu rekonstruieren versucht. Er schätzt es auf etwa 15 Meter länger, was bekannte Vertreter unserer Fauna in der Tat als Erklärung auszuschließen scheint. Ausschnitte von seinem Video wurden zwischenzeitlich an die Universität von Cambridge geschickt, wo sich Spezialisten lange Zeit um eine Analyse bemühten. Als die Nachricht von Cossacks Aufnahme bekannt wurde, zeigte der berühmte französische Meeresforscher Jacques Cousteau lebhaftes Interesse, selbst im Warnsehen nach Spuren jenes ominösen Geschöpfes zu suchen. Doch so weit sollte es nicht mehr kommen. Cousteau starb Ende Juni 1997. Ein gigantischer Verlust für die Erforschung jener Bereiche unseres Planeten, die mehr als 70% seiner Oberfläche ausmachen. Umso mehr übrigens, als es Cousteau vorzog, anders als viele seiner Kollegen, seine Arbeit nicht vom Schreibtisch auszumachen. Jene sogenannte Spezialisten erwarten wohl allen Ernstes ein lebendes oder zumindest gut erhaltenes Exemplar, eines dieser Fabelwesen auf ihren Seziertisch zu bekommen, um sich überhaupt ernsthaft mit deren Existenz zu befassen. Was genauso wissenschaftlich sein dürfte, wie die Einstellung mancher sogenannter Astronomen, erst an die Möglichkeit von Leben auf fremden Himmelskörpern zu glauben, wenn ein außerirdisches Raumschiff in ihrem eigenen Garten landet. Doch was ist es nun? Gibt es diese Wesen oder nicht? Es ist wirklich schwer, ein abschließendes Fazit darüber zu ziehen. Denn obwohl es unzählige Menschen gibt, die Augenzeugenberichte abgeben, so ist es doch leider immer noch so, dass es keinen gibt, der ein lebendes Exemplar fangen konnte, was es natürlich deutlich schwerer macht, daran zu glauben. Wie sieht es bei euch aus? Glaubt ihr an diese Wesen? Ich meine, es werden jährlich tausende von neuen Arten entdeckt. Darunter nicht nur kleine Bakterien und Amöben. Nein, es werden unzählige Tiere entdeckt, auch in größeren Kategorien. Vögel, Frösche, ja sogar völlig neue Affenarten wurden in den letzten 10 Jahren häufiger entdeckt. Ja sogar in den letzten 5 Jahren. Es ist also nicht auszuschließen, dass ein gigantischer Affe, ähnlich dem Bigfoot vielleicht, immer noch draußen im Dschungel herumläuft. Wer weiß. Was würdest du von einem Video halten, in dem ich etwa 100 dieser Wesen aufzähle? Vielleicht komme ich gar nicht auf die 100, wie beim letzten Mal, aber es hat ja doch geklappt. 100 Wesen, die es gegebenenfalls doch noch gibt, obwohl es allem Anschein nach nur Fabelwesen sind. Der Yeti, der Bigfoot und Loch Ness, das sind ja nur die bekanntesten. Was würdest du also von solch einem Video halten? Sag es mir in den Kommentaren und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video, wenn es heißt 100 Kreaturen, die es eigentlich nicht geben sollte. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video,